So, was habe ich denn hier noch? Robin Hood, König der Diebe. Den habe ich auch drauf stehen. Rick, Kevin, den Kostner und den Morgen, den Freeman. Und das ist zum Beispiel auch so ein Film, den gucke ich jedes Mal, wenn er kommt, weil er unheimlich schön, gut und unterhaltsam ist und schöne Schauspieler hat. Alan Rickman spielt da den Sheriff von Nottingham. Oder den Sheriff, ne? Oder den Prinz. Den Sheriff von Nottingham. Nee, der spielt den Prinzen doch. Wer ist denn der Prinz, du Arscher? Da kommt überhaupt kein Prinz drin vor. Hallo, natürlich! Und wer? Prinz So und So. Ja, Prinz So und So von... Meine Fresse, wer ist denn der Fall? Ich kenne den in der Verfilmung von Walt Disney, wo Robin Hood und Fuchs war. Da war das ein Löwe. Da war das ein Löwe. Das ist King Richard gewesen. King Richard? Nicht Prinz Pritchett? Nee, nicht Prinz Idle Joe und auch nicht Prinz Asiva Matt, sondern... Das gucken wir nochmal nach. Ja, das gucken wir nach. Da kannst du dich drauf verlassen, weil König Richard ist nämlich gar nicht im Lande. Ja, nee, das ist ja auch König Löwenherz. Ich meine ja auch seinen Todfolger, der ihn immer absägen will, der gar nicht will, dass er wieder... Es gibt da überhaupt keinen Todfolger, es gibt nur den Sheriff von Nottingham. King Richard kommt nämlich auch und das ist Patrick Stewart. Was? Ja! Die Serie im Gelände Untertitelung des ZDF, 2020